Und dann bin ich eigentlich hängen geblieben, wie man so schön sagt. Mir gefällt vor allem das familiäre, das freundliche, nicht dieses anonyme, wie man das auf sonstigen Fitnessstudio kennen kann. Das Training ist maßgeschneidert auf jeden Charakter individuell. Wir sind immer gut besetzte Gruppen, relativ homogen, haben immer eine Menge Spaß und das war für mich eigentlich der Hauptgrund. Und ich muss sagen, ich merke es halt auch im Alltag, wie die Kraft sozusagen wiederkommt. Ich habe früher schon mal im Fitnessstudio trainiert, aber das war auch alles eher oberflächlich und bei weitem nicht so gut. Jetzt, seit ich hier bin, habe ich vor allen Dingen auch viel mehr Bewegungs- und Koordinationsfähigkeiten gelernt. Ich freue mich gar nicht, dass ich die besitze und bin jetzt einfach kräftemäßig da, wo ich eigentlich schon lange hin wollte und hoffe, es geht noch heute voraus.